ok die karte kenne ich doch ich weiß auch immer wie er jetzt gerade hier da sind wir aber ziel die nase schossen naja ok gelb habe ich gesehen hey leck mich doch am arsch leck mich doch einfach mal am arsch ja da tut mir leid für nils oh man ey warum bin ich hätte ich jetzt ein leichter gefunden hätte ich eigentlich nils verdächtigt aber das geht jetzt nicht mehr hätte ich nils verdächtigt so als racheakt von letzter runde also nils ist mir einfach die ganze zeit hinterher gelaufen dann ging nicht aus dann bin ich einfach weiter im kreis gelaufen hab gehofft ich überlebt das aber gut mein verfolger wird angewandt also vielen dank an den wo liegt er denn also da wo der hooter ist also da wo der hooter ist also über weapons also unten links auf der map aber in einem der beiden das ist in der mitte dieser kleine raum ja unten links ganz kurz mushroom wo kamst du gerade her von unten meinst du jetzt grad zu electrical meinst du ja als du mir da entgegen gekommen bist von unten ok dann hättest du ja von communications nach unten laufen können und dann wärst du oben wieder rausgekommen verdächtig verdächtig also ich kann auf jeden Fall bestätigen dass Dalu als das licht ausging durch die Gegend gelaufen ist weil der ist mir höheres storage entgegen gekommen ich hab das licht angemacht und ich kam alleine von unten also ich war alleine bei den raum mit den bäumen und dem o2 und so weiter da war keiner und ich bin dann auch umgegangen das licht angemacht das licht angemacht dann kam die andere meute dann bin ich kameras gegangen ich hab gelesen wenn Dados langsam spricht ist der immer Imposter und wenn ich emotional bin und wenn ich nichts sage ja genau Dados das ist einfach immer der ist an mir vorbeigelaufen als ich zu Spaciman gegangen genau ich bin aber im Atmen drinnen diese Infos wollte ich mal kurz trocken die Maxi nicht euch droppen wollte jetzt auch in den Spaciman Spaciman oh wie kann der Vocal ach Nils das ist mir irgendwie leid hahaha mir nicht wow ey ich bin so am Arsch entweder mach ich die Task pssst hä oh die Katze egal was du machst ey du bist halt immer gebumst irgendwie Maxi die Sau ey wer ist denn Mizi du musst ein bisschen vorsichtiger sein hier oh Gott dankeschön dass es eine Emergency kam also diese Emergency Meetings keiner ist tot äh ich hab ne Frage und zwar das ist ne ernst gemeinte Frage ich würde gerne wissen was Maxi da eben gerade gemacht hat in dem Bereich wo ich noch nie war in zwölf Runden diese Map spielen du meinst am Eppnen Table und gucken wer in welchen Raum sitzt oder wie viele Resulte sind aber warum solltest du das machen du hast doch Tasks zu erledigen oder nicht hab ich das aber auch gemacht weil ich gerade erst vorbei gelaufen das ist ja kein Grund also wer macht den Namen aber du gehst doch aber du gehst doch nicht zu dem Admin Table und machst das und danach nicht oder wenn du was siehst danach bin ich halt schon in Speziment gegangen ich hab das auch schon ich hab das auch sehr oft ich wollte eigentlich nicht wissen ob jemand in Speziment ist bevor ich da reingehe ich vote für Dardosh 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 ist das deine neue Master oder was ich hab auch noch ne wichtige Frage ich will die neue die wichtige Frage hören ich auch bevor ich nämlich sterbe und sie nicht mehr stellen kann neben Laboratory ist so ne Rakete was muss ich da machen in der Tat alle Ausrufezeichen wegdrücken ah ok danke immer wieder draufdrücken bis die weg sind oh das ist ein Posterplay ja ja das ist ein Playtrade ne 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 ich hab die ich hab dich doch letztens ich hab mich noch freut was mach ich hier Ray letztens im Stream hast du die Map dann noch gespielt hab ich gesagt wie du die weggespielt hast tatsächlich nicht ich bin total ratlos was ich erwarten muss aber ok ja könnt mich gerne darauf voten aber dann weiß ich jetzt auch wie sie geht gern glaub ich dir nicht eh gern nicht aber wir sind ja noch genug also ich glaub es hat keine Auswirkungen wenn wir erstmal einfach skippen ich glaub Mike ist es so blöd das klingt ich mach hin und mach mal nicht ich mach Dalu ach komm ich mach Dalu ich mach jetzt hier nur schnell meine letzten drei Tasks und dann finden wir raus wer der zweite Imposter ist oh lol nennt man das Karma das sieht nicht gut aus für Mike ne 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 wo ist die Leiche wo ist die Leiche die muss links unten sein oder die Leiche liegt links unten das stand doch da doch neben uns ja 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 ähm Sven wieso hast du hast du einen Schritt zurück gemacht als wir nach oben gegangen sind zum Live weil ich gucken wollte ob da irgendwer wen umgebracht hat und da lag auch ne Leiche also irgendeiner von euch beiden hat grad einen umgebracht welche Höhe liegt denn die Leiche vor dem äh dass man da so runter drückt Müllding also Moment der untere Bereich dann aber also wenn du unten reingehst da bei der Tür oder noch über diesem Block ne Müll also du musst unten durch die Tür reingehen und dann ist der dann ist der Schalter quasi zum Müllmachen und ich glaub da liegt die da hab ich die gerade gesehen und wenn du noch ein bisschen weiter runter gehst standest da gerade Dardosch und Jay und ich bin ein bisschen weiter hochgegangen und steh da grad bei nem Baum oder sowas Dardosch und Maxi stand genau neben mir an dem Ding Maxi stand da auch stimmt Maxi stand da auch ja ich wollt grad sagen ich hab doch einen Sport in der Höhe also einer von euch beiden hat sich gerade gekillt der Leiche ist noch warm Sven kann mich decken Sven kann mir hundertprozentiges Adiw geben weil ich über dir war du bist mir hinterher gelaufen wow der ist das was losgelaufen ist ich hab das Ding ja gemacht Maxi hatte ich ja auch schon vorher verdächtigt aber Maxi hat vorhin auch die Sachen ausgemacht den Reaktor oben links das heißt ja nix das ist egal Sven dann hast du Dardosch auch gesehen Dardosch stand da auch ja okay so pass auf Dardosch kann ich auch bestätigen Dardosch Stahl und ich sind runtergegangen also wenn Sven mich nicht savet dann ist es das ist ziemlich verdächtig wenn die Leiche aber unterhalb des Blockes liegt dann kann es Sven nicht gewesen sein wenn die überhalb des Blockes liegt also quasi bei den Kabeln dann kann es Sven gewesen sein mit nem Kill und Felsen ich hab seinen toten Körper wackeln sehen gefühlt wie denn wenn das Licht aus ist weil ich daneben stand du du bist orange das bedeutet du warst mit mir auf einer Höhe ich bin so orange wenn er unterhalb des Blockes liegt dann ist es Sven ich skippen außer du hast mir falsch erklärt wo die Leiche liegt wir skippen vor mir oder ich skippen wenn die Tür reingeht wenn die Tür reingeht ist es Sven das ist so ein Quatsch doch hundertprozentig super Quatsch Dardosch würde niemals random shooten wenn du tot bin wo denn Sven ja mach Maxi Sven oder Dardosch oh das ist halt also Leute jetzt ihr da draußen habt wie spielt ihr das also macht ihr eure macht ihr eure Task einfach fertig oder nicht ich hab irgendwie immer so das Gefühl ich verpasse immer was ich hab immer so das Gefühl ich nehme an den Runden nicht richtig teil aber ich kann mich auch täuschen ich glaub ich brauch wirklich mal Unterricht bei Senpai bei Senpai Dardosch oder Dardosch die sind ja schon sehr erfahren die beiden oh Mike ist dead oh oh okay Mike ist tot dann war es er schon mal nicht er hat es auch verdient er hat auch gegen mich geschultet wo wenn du quasi beim beim Licht bist da war die Tür gerade zu ich stand auf der einen Seite und auf der Lichtseite stand noch jemand anders ja das war ich und Mushroom haben wir grad das Licht angemacht ich hab ich da gesehen wir sind da so hin und her gewurbelt als du den gesehen hast weiß ich nicht aber da hä ich hab nur tot gesehen er liegt dann quasi wenn du links davon gehst also wenn du quasi aus dem Lichtbereich raus kommst durch die Tür wer ist dann von links hochgegangen es ist Zeit langsam Maxi zu nehmen bei dem Dizzy Kill war Maxi schon kann ich mir bei Maxi nicht vorstellen was ist der Handelmann okay warum Jay 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 ne du und Peter sind die Letzten die da hochgegangen sind ich bin unten gegangen okay dann rede ich nicht ja angenehm danke ich rede jetzt weiter also beim ersten Kill hat Maxi nicht gesagt dass er hochgelaufen ist zu den Lights bei Dalu war es so dass es halt Sven, Dadosh oder Maxi waren und bei Mike war es gerade dass Maxi die ganze Zeit unten links bei mir war ich deswegen weggegangen bin weil er die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist und dann hochgelaufen ist Mike mir entgegen gegangen ist zu den Lights das heißt es passt halt auch wieder für mich ist das mein also ich glaube auch ich glaube auch dass Maxi ist weil er halt so häufig in den ganzen Truppen dabei war aber wir sind lieben sieben Leute wenn er es nicht sein sollte und einfach nur super anlucky war wäre das jetzt echt übel deswegen sollten wir trotzdem äh nicht wohnen weil wir hier nicht hinterher gelaufen Jay er war eingesperrt beim Licht und die Leiche lag außerhalb davon also ja er hat danach die Tür zugemacht ist doch kein Problem ja okay ja für mich muss Sven aber warum ist jetzt ey also Day ist so aufgeregt ich versteck mich irgendwo auf der Map ich bin fertig ich bin fertig Sven es kann gut sein dass du unschuldig bist aber dann müssen wir das mach dir skippen 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 wer hat gerade gefragt was wir machen mushroom ich bin fertig ich versteck mich irgendwo auf der Map macht was ihr wollt ich geh einfach in die White Hits ich geh einfach in die White Hits Dardosch hat aber ganz schön gut gecovert gerade ist es Dardosch eventuell? ich glaub Dardosch macht wirklich seine Taskbar oder? Eeee Eeee da wird nochmal kurz vor Ende gekillt Aber scheiße das hab ich grad noch gesehen auf den White Hits Maxi und Arnold und Mushroom Man merke sich, wenn es zu langsam vorangeht bei den Postern, ist es Mushroom, der traut sich einfach nicht immer. Ich bin kein Killer, ich bin einfach kein Killer. Ich möchte ganz kurzes Lupfen, Jay, das hat er gut gesagt gerade. Ey Maxi, du bist ein Arsch, Alter. Entschuldigung, du warst der Einzige, der halt rumgegangen ist. Ja toll, ich wollte ausnahmsweise mal im Trupp laufen und nicht gleich alle Sachen fertig machen und dann da. Aber Sven, Dalu, kannst du mal erklären, wo deine Leiche... Hast du das gesehen? Ja, bitte. Dalu ist gemutet. Direkt unter Sven, eigentlich. Aber die lag genau am Müll rauslassen. Ich sag doch am Müll. Warte mal ganz kurz, Dalu, was? Die Leiche lag genau am Müll rauslassen, als wenn ich den Pass gemacht hätte. Aber wie, hat dir denn Sven bitte gesehen? Er hat den Report-Button wahrscheinlich gesehen. Aber er hat gesagt, er hat deine Leiche gesehen. Ja, hab ich ja. Er kam nochmal zurück. Ja, ich bin zurückgegangen. Okay, keine Ahnung, ist es der Ping oder so? Bei mir bist du nämlich einen Schritt nach unten und dann war der Reporter. Für mich kannst du nicht da gewesen sein. Deswegen war das für mich so... Deswegen hab ich ja gefragt, wo die Leiche liegt. Krass. Deswegen warst du mir so suspicious. Ja, du mir ja auch. Aber wie gesagt, bei mir war das halt... Du warst noch in meinem Sichtfeld... Dadosch würde niemals random shooten. Dadosch.